1200 Tickets Das stimmt nicht, 1170 Ja, da haben wir 1200 gestartet Wo will ich denn hin? Ich bin in der B, aber ich hab keine Lust zu laufen Ich bin in einem Auto Gibt's hier keinen Flieger, natürlich Spawnedorf bei... ne, den gibt's glaub ich nur bei Groß, oder? Achso Wir haben schon wieder C von oben, wir haben einfach mal alles von oben, ne? Und der Typ schlägt ernsthaft aus dem scheiß Tank aus Da ist ein feindlicher Helikopter, öffnet von mir Grab der Demo, hier kommt was von hinten drin sehen Ich hab einen Laserpointer auf meiner B, wie war das noch in dem Spiel? Ist Laserpointer gut oder schlecht? Ich weiß es nicht Ja, da bin ich nicht der Einzige Wo, 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 wo Der Grund, worum ich mich beschwere Man kann den Heli nicht mehr reparieren im Fliegen Ist, dass ich schon seit um 7 heute diese Scheiße mache Seit früh um 7, bitte Ja Bitte mal... achso, ihr seid doch gar nicht da Ich geh jetzt aufs Dach Okay, werde mitkommen Nö Ich bin bei 10 noch nicht gestorben, von daher bleib ich hier, bis ich sterbe Ich bin bei C gestorben, ich komme mit aufs Dach Ein einziger bei C und unsere kämpfen außerhalb der Black Range Wir liegen zwei Sniper, die auf partial zielen Ja Rechts, auf der rechten Seite, aber da vorne Da ist er auf der Treppe Und auf dem Dach bei C sind sie Denkste der Wechsel Hallo? Ja, sind wir jetzt hier auf dem Dach Ja, sind wir jetzt hier auf dem Dach Na komm, guck nochmal raus Achtung, der Fester sind trabe und Boden neutralisiert Da ist das aktuelle Eifersziel Die Dach ist frei Scheiße, da ist unten einer an der Brücke Der hat noch zwei HPs, aber Sturmsoldat Halt sich jetzt gerade unter der Brücke Genau in der Mitte Ich heil's dir auf dem Dach Ich heil's dir auf dem Dach Ich wollte nur Magier Ja Püh Den an der Brücke habe ich Ich heil's dir als Einsatzstil an Am Dach bist du innerhalb von B oder was? Ja, ich hab nicht mehr Rock rechts! Ich bin... ...n Aua Oh, da ist er noch Ich glaube, ich muss groß gefällt mir die Möp-Person Hier, deine Medizin! Nicht nach rechts, sondern nach links. Wow, die campen jeden Fahrstube mit drei Leuten oder so. Nee, hier drüben nicht. Auf meiner Seite schon. Mit, mit, äh, C4 und Raketen mehr. Ha, fuck, ey. Nee. Ich wollte dich das nicht sagen. Drüber ist noch einer. Sniper. Nicht nur einer! Nicht nur einer! Der kann nicht mehr liegen. Hol, Alter. Das kannst du mit B vergessen, ey. Ja, hier sind wir doch bei C oben auf dem Dach. Und jetzt wird die Prler jetzt abfacken. Auf dem serviert der F痛iger Jäger dann mit der aktuelle Stellung. Wie ist Du hier? Zumindest habe ich ihn eingetebegt. Der mich nicht mit der Rocket trifft. Macht man nicht. Geht vor dem Farsch und trifft nicht mehr der Rocket Zu C kommen wir ja auch noch anders, ne? Wollen wir aufs Dach, Theo? Nach Dach, ist schon Sehr schön Auf dem Dach hab ich Denk rein bei B oben, auf dem Dach oben hier unten Hier ist der Med-Paket, holen Sie! Hier ist der Med-Paket! Oh, sorry Alter, solche Bitches! Solche schwulen Bitches! Die liegen zu viert vor dem scheiß Fahrstuhl Gucken da rein Einsatz 10 Alpha wurde neutralisiert Die, ich sag ja, die liegen vor jedem Fahrstuhl Da sind keine Schrauben Ich denke von denen steht bei denen in der Base Und jetzt gehen sie auch noch auf das Haidach hinter... Ey Was macht denn unser Hubschrauber? Das weiß ich nicht Im Kreis liegen Ist das immer noch so, dass wenn der Beacon freisteht, dass man in der Luft spawnt? Ja Ja Da ist ein feindlicher Helikrafka! Ich weiß nicht, da noch was ich auch Ich hab keine Schrauber Wir haben keine Schrauber Ich hab keine Schrauber gefangen Ha! Irre! Das Morgen hat wieder ein Sniper, das wir hier am Beacon setzen sind. Ich glaube, die kommen gleich mit der Ineanleitung. Das darf ich kein Weg nehmen. Was? Was? Er hat noch einen! Die Cam... Denk's. Ich glaube, wir müssen uns absprichend, wann wir dort spawnen. Ich nehme den B langsam ein. Ich nehme den B langsam ein. Wer hat die Kontrolle überein, dass es den Charlie verloren hat. Na, jetzt verkehrt! Ich nix treffen tun. Von mir! Heli, Vorsicht! Gegner Heli! Ich glaube, die sind auf dem Dach. Ganz oben auf dem Dach, ja. Hm. Na, Medpaket! Hier ein paar Arzneifelich! Und? Das ist alles. Da ist ein Spiegel. Das ist deine Medizin zu holen. Das ist alles. Das ist alles. Du willst wissen, was die Vorheirat? Das ist alles. Anato, Westing deiner Position ist ein feindliches Fahrzeug. Warte, Solo, freut Sie mir, wir zu parkieren. Bereithalten! Wo ist der innen da? Hier ist er noch, der ist noch da. Links, Treppe runter links. Jawohl, genau der. Thank you! Oh, altes Teamwork! Auf dem gegenüberliegenden Dach ist noch einer. Ja, ja, ich weiß. Oh, jetzt hat er einfach keine Nade und nichts. Munition! Der Typ ist weg. Hast du ein Beacon mit, Sio? Was? Hast du ein Beacon mit? Ja, den hab ich auch in der Ecke. Ganz versteckt. Haben sie bis jetzt noch nicht gefunden. Der ist über mir. Und die haben ja auch ein Beacon und ein Dox. Dox hatte ich immerhin. Und das sind mehr als wir. Hinten. Bei mir ist einer. Bei mir liegt sie. Du wolltest ammo? Bei mir liegt sie. Was kommt die Hölle los? Was kommt die Hölle los? Nein. Wow. Der hat gerade Einsatzstil Alpha neutralisiert. Wow. Hm. Er kann doch nix außer mit der Apigee, ey. Einfach hat er mich gekriegt, einfach mit der Apigee. Ach, wir kommen nicht auf das Dach ohne unser Leben. So, ich bin mal raus für heute. Okay, gute Nacht. Guten Nachti, Tomi, so schön. Bring dir was zu essen mit. Ja, ja. Anscheinend ist öffentlich deiner Position. Die Disconnected from my channel. My channel. Das ist my channel. Mai. Gibt auch einen April-Channel und sowas. Also die Täscher hier sind sauber. Ah, guck mal, die haben ein Beacon unten bei B. Oh, und ein Tankball auch. Also, mein Geld. Guck mal. Ja. So. 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 Könnt ihr sich ein Mechaniker mal meine Karre angucken? Wir haben Einsatzziel Alpha neutralisiert. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerjäger, fristlich deiner aktuellen Stellung. Wir kommen auf die Pläne, die Fläden sind. Wir kommen auf die Fläden. Das war der Medfaket, du hast ihn! Das war der Medfaket, du hast ihn! Das war der Medfaket! Das war der Medfaket, du hast ihn! Westlich, deine aktuellen Position ist ein feindliches Fahrzeug! Wir haben ganz oben auf dem Dach bei B wieder welche Westlich von dir ist ein feindliches Fahrzeug! Ja, der kämpft endlich! Genau, Mann! Wie viel sind das dort oben? Drei! 30 Kills-Freaker der Wichse! Und bei mir, ich bin im Aufzug mit noch einem anderen Das Dach ist frei Sehr gut Die haben ein Biegen auf dem Vordach von... Warum? Was ist denn jetzt los? Jetzt haben sie wenig mehr und können gar nichts mehr, oder was? Nein! Wir haben ein Branche! Irgendwas ist wieder oben! Vor allem, wir campen dort nicht mal so hart, ne? Der geht auch wieder weg. Geh ich mal zu C. Der Tank ist auf die Brücke gefahren und wollte jetzt zurück, weil unsere ihn angreift und merkte vor allem, dass hinter ihm die Poller runter sind. C ist safe. Bei A ist ein M-Rub. Ich habe ein feindliches Fahrzeug, wenn sich deiner Position gelegt... M-Rub und der Heli. Und B unten ist ein Panzer. Ich sehe, die Brücke ist getrunken. Wow! Nice, kill me, das Ding. Irgendeiner von denen schießt aus deren Base. Oder zumindest von der Hauptstraße von dort. Sniper. 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 Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Alpha. Wer von dem will? B, geht wieder weg! Ah. Äh, MRAP auf der Straße Richtung Garen Spawn. Fuck! Und einiges an den... Wir werden in aller Ruhe hier Camps snipen... ...kann sowas. Hallooo. Haha, sehr schön, Sio. Ich hab den... ich hab den... ich hab den... ... runter geholt, weil ich den nicht hier von oben geschmacht hab. Weiße! Was ist das, wenn du zu nah an der Kante bist, dass du dann keinen kriegst? ... ... zug ist unser einsamer Kämpfer da unten? Ich find grad aus, dass wir mal runterfahren. Oh neiiiin! Oh nein! Oh nein! Was machst du da? Was haben sie für bestreffen? Woow! Das geht immer nur mit A wie Kie, ey. Können Sie sagen? Hihihihi! Dazu muss man sagen, er ist die ganze Zeit gerade gelaufen. Hihihi! Ich weiß, dass ihr der Spawner, dass das SpaceRap ist. Irgendwo ist hier ein Beacon bei A und B geht weg! Rock, das ist nicht unser Server. Scheiß drauf! Das ist richtig! Dark, bitte B! Da! Bravo ist weggeobjektivt. Ich brauche Hilfe hier. Bist du safe, sodass ich sterben kann und dann spawnen kann? Ich bin tot. Du bist tot, okay. Oh! Ja, wir werden von B besnipet. Hey, haben die gekippt. Oh, jetzt wir müssen zu B. Nehmen wir noch eine andere Waffe. Ah, aber die verlieren B schon wieder, ne? Wir verlieren C. Super Miespon, danke. Ja, tot, ein Sunny oben, aus dem Haidach, mit der B-Locker. Mach mal Haidach. Westdinger der Stellung ist deutlicher Scharfschütze. Feindlicher Rakete befindet sich im Anflug. Incoming Missile? Wir haben einen Commander. Ne, die haben einen Commander. NEIN! Das muss man halt mal sagen. Wow! Was? Irgendwie hat jetzt jeder Server so ein Commander-Ding. Da hab ich das nicht. Äh, nix dagegen, aber wieso kriegt er mich mit der Cruise durch, das noch? Ja. Ah, oh, hier schau ich nicht. Ich geh mal zu A. Ja. Geh zu C. 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 mit deiner Stellung gesichtet. Das ist unser aktuelles Einsatzziel. Wir haben Einsatzziel Alpha neutralisiert. Okay, ich hab hier Besucher A. Sorry, der andere war gerade in den Fahrschuh rein, deshalb wollte ich fixen nachher. Bei mir sitzt der jetzt... Brauch Hilfe? Nein, sie käme wieder. Ich könnte gerne schon in den Augen. Kommt was von links? Fuck! Brauchen wir bitte bei mir. Ich? Ja. Wunde? Während der mit mehreren den Fahrstuhl draufkommt. Der war nicht alleine. Im Fahrstuhl, im Fahrstuhl. Noch einer mit einer Schrotze DBV. Ja, genau! Nee! Nee! Der stand vor mir! Verdammt, ich bin in der Falle! Oh mein. Ich bin hingefallen. Mhm. Weil der hat mich gejubstert! Westlich von mir scheinen feindlicher SD-Schützer zu sein! Der Fahrstuhl geht wieder, aber der ganz oben. Ich kriege Hitmarker. Unser Fahrstuhl geht. Der Fahrstuhl hier geht auch wieder. Der Nachmachstuhl. Jetzt mit der Linke. Einhörter ist Q96. Hinten? Das ist nix. Achtung, unsere Systeme fallen aus. Wir roten. Biss ja gleich vorbei. Ja, ja, ja. Siegeldeck. Was haben wir sonst? Ich will, dass ihr dieses Einsatzstil verteidigt. Anscheinend festlich von dir ein feindlicher Scharfschüsse. Fahrstuhl zwei Leute. Ja, ich sehe sie. Die Schrotz ist mal so schlecht. Ich sehe sie nicht weg. Da steht einer gegenüber zum LMG. Ja, bei dem Beton. Links, links hinter dir Dark. Ich wollte doch. See you, aufheben. Er ist drin. Wir haben die Kontrolle und bei Einsatz Ziel Alpha verloren. Über uns. Dach oder was? Ich habe ihn. Ich glaube, der ist auf dem Dach oder so. Irgendwo ist es ja ein Sniper. Ach, da bist du. Oh nein, wir stehen nicht mittendrin. Ja. Oh nein, wir stehen nicht mittendrin. DINF-Crew got road-killed. Okay. So, letzte Runde für mich. Du sagst, dass du eben schon mal.